Mein nächster Gast kommt aus einem Land, in dem man mit Äpfeln sogar die Zukunft vorhersagt. Der Apfel wird auseinandergeschnitten und an der Form des Gehäuses kann man erkennen, was auf die Familie im nächsten Jahr zukommt. Es gibt dort in diesem Land noch viele, viele andere Regeln fürs Weihnachtsessen. So werden zum Beispiel die Tischbeine mit Seilen miteinander verknotet. Warum das so ist, wird uns gleich dieses kleine Mädchen verraten. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen aus Prag, Helena Vondrachkova. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen? Kommet das liebliche Kindlein zuschauen. Christus, der Herr ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht. Christus, der Herr ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht. Und禮g, wenn du dich bist. Und Anhäle Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amnano Dir, Seh. Jemina Wundratschowa aus Prag, kommen Sie in die gute Stufe. Ich habe ja schon erzählt, dass es bei Ihnen zu Hause ganz viele Bräuche gibt für das Festessen. Warum werden denn die Tischbeine mit Seilen verknotet? Mit Seilen verknotet? Na, das ist ganz einfach. Dass im Haus niemand was klaut. Dass niemand was klaut? Okay, ja klar. Dass die Verbrecher rein nicht kommen. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt noch viele weitere Bräuche fürs Festessen. So darf zum Beispiel das Licht so lange nicht brennen, bis die Sterne am Himmel leuchten. Erst dann darf das Festessen serviert werden. Die böhmische Küche wird ganz groß geschrieben und es gibt auch böhmische Weihnachtsspezialitäten. Böhmische Küche ist auch gefährlich. Ist gefährlich. Gefährlich gut. Gefährlich gut, ich weiß das. Und hier gibt es böhmische Lebkuchen. Ja, bei uns gibt es nicht nur diese schönen Lebkuchen, aber unsere Frauen machen mindestens 24 Sorten ganz klein Weihnachtsgebäck. Und das ist eine Arbeit. Sie haben uns auch noch was Selbstgemachtes mitgebracht, nämlich diese Orange, die ist mit Nelken besteckt und zu einem wunderschönen Muster gemacht. Und das riecht auch sehr schön. Das kann man entweder auf den Tisch legen oder irgendwo hinhängen. Und dann gibt es einen besonders schönen Duft. Eben. Und ich möchte mich jetzt einmal bei Ihnen stellvertretend ganz herzlich bedanken für ein Geschenk, das die Tschechen und den Deutschen gemacht haben, nämlich den wunderbaren Weihnachtsmärchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Da muss ich wirklich mal sagen, Dankeschön. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel wird natürlich zu jedem Weihnachtsfest in der Weihnachtszeit immer von den Deutschen geschaut. In Tschechien wird das nicht anders sein. Ich will nicht vergessen, gerade wollte ich sagen, die wunderschöne Musik von Karel Svoboda. Ein Komponist, den ich sehr gut kenne, der hat auch für mich viele, viele Hits geschrieben. Und seine Melodien, die klingen bis jetzt. Er hat auch Biene Maya unter anderem geschrieben. Ja, genau. Unvergessen. Und dieses wunderschöne Lied aus Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das würde ich jetzt gerne mit Ihnen singen. Naja, warum nicht? Da holen wir den Florian nochmal mit seiner Zitter dazu, er begleitet uns. Dobrý vecher. Dobrý vecher. Dobrý vecher. Do věnce. Lá lala 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 lala. Wenn es dich doch gibt, mein Herz nur für dich schlägt, dann wünsch ich mir Flüsse, die Wasser noch führt. Dornen, die weichen und Rosen, die blühen, küss mich, halt mich, lieb mich, für immer küss mich, halt mich, lieb mich, ein Prinz, der sein Leben, sein Herz für mich gibt, ein Kuss, der die Nacht und den Zauber besiegt, küss mich, halt mich, lieb mich, küss mich, halt mich, lieb mich. La, 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 la. Ein großes Dankeschön an Helena Bondrackk hanno vertografiert. Vielen, vielen Dank. Danke vielmals.